Hallo! Hallo! Wir sind heute nicht alleine. Wir sind zu Besuch bei unserer lieben Emma! Und wir sind im Garten von der Oma und wir haben es hier so so schön. Oma! Was sagt ihr Oma? Oma. Wir sagen auch Oma. Ja, aber Oma hat sich so...Emi hat das mal eine Zeit lang gesagt. Bei der Oma sind wir heute. Hier ist nämlich Kinderparadies. Ja, die Kinder spielen so schön und es ist bombastisches Wetter. Es fühlt sich an wie 30 Grad fast. Also so im T-Shirt gar kein Problem. Ist man gar nicht mehr gewohnt. Und wir dachten, wir lassen euch einfach ein bisschen teilhaben an unserem Tag hier heute. Also habt einfach viel Spaß mit unserem Tag heute. Was sucht ihr denn? Fädenwärme. Achso! Ich will sie noch trocken was. Bestimmt! Emi, du darfst das hier bitte nicht so rumschmeißen, weil jetzt bin ich nämlich schon ganz dreckig. Nicht schmeißen! Was habt ihr denn da feines? Das war heute. Na, es kommt noch nicht so rumschle camp. Thämen kann noch nicht sehen. Mhm! Nee! Ach so, es istrad. Das ist jetzt in 이 prophets. Wenn das gefание rein worken, dass beide zu � impressive sind, dass sie zerst �en und macht es einem Levelverhaltündig hat. stehen in diese Nationalhymaterie. Ich möchte mir doch mal angucken, ob er noch fehlt. Und, geht er noch? Ja, ist so. Geht er noch. Gut. Jetzt findest du wirklich, dass ich einen Baumwärtschiff habe. Das ist ja alles Fake-Job. Glockenzeichen Glockenzeichen Was macht ihr denn? Ich fahre jetzt wieder rein. Und was spielt ihr? Lottie Karottie! Cool! Wir haben das auch in Urlaub gespielt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Musik Ich bin noch fröhlich. Mama, wir haben zu viel. Zwei! Und wieder? Ja, sagt ja, wer hier. Können wir zählen? Ja. Und dann kommt sie noch einmal und dann sagt sie jetzt noch zwei. Fein! Juna, was hast du da? Smarties? Oh, mhm. Wir haben immer noch eine ganz, ganz tolle Zeit hier. Die Kinder spielen so schön. Wir haben richtig, richtig lecker gegessen. Also gegrillt mit Kartoffelsalat und Nudelsalat und Mais und Würstchen und Gurkensalat. Und allem, was man sich so vorstellen kann. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Und ja, jetzt, wie gesagt, entspannen alle so ein bisschen. Die Kinder haben, glaube ich, gerade so ein bisschen ihr Mittagstief überwunden. Also Emil und Mila haben sich jetzt eine Zeit lang wirklich ganz so gestritten bei jedem bisschen. Aber ich finde, jetzt geht's. Jetzt spielen sie wieder schön zusammen. Franz entspannt sich in der Hängematte. Und Emma und Mats und Juna und ich, wir wollen jetzt noch ein bisschen im Sandkasten spielen. Franz, du, du, komm mal zu, wir machen einen Weg. Komm her. Hey! Komm her. Komm her. Komm her. Juna! Ein letztes Mal stillen und vor allem schaut euch mal den Sommersprossen an. Als erstes kommen wir mal die Sommersprossen. Nicht so nah. Also wir sitzen noch ein bisschen auf der Wiese und haben noch ein bisschen geschnattert und noch ganz viel gespielt und vor allem lecker Kuchen gegessen. Und jetzt machen wir uns langsam aber sicher alle wieder auf den Heimweg. Es war wirklich super schön. Wir hatten so einen schönen Tag hier im Garten. Und es ist einfach so entspannt, wenn die Kinder hier rumrennen können und nicht abhauen können. Es ist einfach wirklich schön, vor allem für die Kinder. Und die Kinder sind fertig. Ja, Juna hat noch mal gestillt und jetzt machen wir uns ins Auto und fahren nach Hause. Wir müssen ja auch noch ein schönes Stückchen. Aber wir sehen uns ganz bald wieder und da freuen wir uns schon drauf. Und wir hoffen, dass dann wieder so schönes Wetter ist und die Kids spielen können. Ja, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß. Und dann würde ich sagen, schaut mal bei Emma vorbei. Da gibt es auch ein Video zu unserem Tag. Aber auch ganz viele andere Videos. Juna, Applaus! Juna, Applaus! Nein! Geniert sich! Tja, und dann würde ich sagen, bis nächstes Mal! Tschüss! Tschüss! Wir chce uns drauf. Tschüß sie ganz לerauf! es wieder ök겠 sẽ Mo Alright, HHH!!! Tschüss encanta! Čaau! Tjaau! 辉endEs點 né actions No? Untertitelung des ZDF, 2020